In your heart feel like a lady It's a powerful rugged waiting Die Glütsch muss man hier merken, wenn wir den regnen, Alter. Ich glaub, das hat schon einen Vorteil. Was? Das, wenn du den Regen nicht hörst. Ja. Solltest du aber nicht... Weißt du, ob du erst mal die Turbo geladen solltest? Nicht als Ballen kannst du uns trinken, die du gerade nicht hattest? Ja. Ja. Mach ja vielleicht... Wenn überhaupt so ein Highlighting. Machst du so nachträglich wie ein Highlighting? Genau. Zu bezungen auf... Was kommt so eine Dusche an? Genau. Familie von oben. Katka? Nein. Nein. Was denn? Syverni, ne? Nein. Hi. Zwei. Eins. Ach, da! Genau in der Mitte. Easy. Der Continator. Und die sind so... Bist du lofig, dass du trotzdem die Mapgrenzen von oben sie kannst? Ja, ja. Das ist so verpassen. Das hat keinen Sinn. Wer hat da oben schon Fallschirm aufgemacht, hat der Langeweil? Oh, lol. Über uns alle mit Fallschirm schon. Ist das anders. Ja, weil sie wirklich nett sind, alter. Du meinst, die wollen uns von oben jetzt spotten und dann angreifen? Die fliegen ja richtig langsam, alter. Die jetzt gleich holen, ne? Okay, alter ist links abgedreht. Ah, nee. Lol. Da oben. Die sind ja ganz oben. Die sind halt auch Postleiten. Also wenn ich gleich ne S-12, ne S-12 hab, schieße gleich auf die. Das Ding ist, du auf Noise-Born zu schießt, ist halt immer so... Ich hab ne Waffe, Digga. Ich kann mich vom Himmel holen. Du verschwinde, du... Du hast ja toter Umschissen. Nein! Mach hin, mach hin, mach hin. Lauf, 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 lauf! Ich mein, du verschwindest dann zwar Muni, aber hast dann halt keinen Loot, wa? Mein Gott! Lauf! Das ist auch immer Bescheid, wenn du nirgends findest. Machst du die ganzen Dings da? Container, ja? Mhm. Alter, links! Alter, links am Container! Ein Container? Bei dir? Jaja, also hier links bei dir an dem linken Haus da hinten. Einer gelandet. Also der, genau der Container da, der letzte von dir ausgesehen. Weißt du was? Ich tu noch nicht. Das ist aber, er ist auf jeden Fall irgendwie dahinter gelandet. Oder ich werd grad gleich weggesnippt, kann ich auch. Alter, ich hab hier die Lexus-Tode. S12K. Schalldämpfer für UMP, alter. Ich hab hier Helmstoffe, jetzt spoil für dich. Also... Ich auch schon. Liegt hier. Ey, hier liegt halt keine Pistol drinnen. Die Laufkrieg kommen, die kommen, die kommen, die kommen von links. Komm her, ich krieg's die erste S12K von mir. Okay. Die kommen, die kommen, die kommen. Genau Richtung Westen laufen sie. Zwei Mann. Wo läufst du denn hin? Ja, hier in den Haus rein, hier. Oh nice, muss ich jetzt zu dir kommen, ne? Dankeschön, ich ihm die ab, solange. Ah, die sind der Häuserei da vorne. Hinter dir die Häuserei, hier. Was? Also Muni Bros, ne? Ja, ja. Jetzt hier. Ehm mal die Häuserei hinten ab. Die da? Ja, Richtung Westen. Da sind sie beide gewesen. Nur einer Shotgun? Ja, ich guck mal, ob ich schnell für dich ne Waffe will. Hast du die drei Lagerhäuser, ist ja schon durch, ne? Er liegt die Waffen nicht noch. Nice. Und jetzt, lol? Ich hab grad zweimal nachgeladen und einmal ein Magazin rum. Ich rieche die ganze Zeit ab, Amy. Ja, ja. Ich guck, ob ich Waffen für uns finde. Ah, die Zone ist mal dezent scheiße. Ja, auch. Ich geh mal in Deckung und warte. Auf geht's. Ich bin gleich wieder da. Äh, du bist eingestiegen. Zei! Ja. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Fahr, 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 fahr. Na, ich geb schon voll gehört aus mit Nitro, Alter. Shift! Oh shit. Oh oh. Ich bin gleich wieder. Wui! Ich kann Flux-style. Alter, das ist ein Schwamm, ich zu steuer, muss ich ja was machen. Okay, sehr fahr, 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 fahr. Oh Gott, ist in der Zoo hin. Links! Links, 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 da ist Mauer! Oh shit! Nein! Durchfahren! Ach komm, hier, scheiß drauf. Ui! Steck doch ein! Nein! Ha! Was ist denn? So. Ey, ich komm auf diese Fahrzeuge nicht klar. Ich war immer gespannt, wann das Helikopter oder so geht. Ah! Was? Boah! Ein RIP. Ah, easy, Alter. Die Zone, unser Chefster Konkurrent. Kurt läuft gleich weiter. Kann man an, wo die Zone hingeht? Ja, kriegst du gleich weiter von. Okay, nein. Du bist am anderen Ende. Du bist da. Jetzt mal heilen, wenn wir in der Zone drin sind. Kann ich. Ganz unerfällig. Alter. Wollen wir jetzt die Hälfte der Zeit beschäftigen uns nur darum, von Zone zu Zone zu kommen. Andere Leute kämpfen, wenn sich der entstehen. Ja, ich hab den geilsten Weg gefunden. Oh, ich seh da fast da, Alter. Da bin ich ja fast verreckt. Ey, wird langsam knapp. Ich hab den Kopf mit mir gelegt. Du gleich ein wenig. Weil wir mit A nicht hochkommen, ne? Ah, da ist ja schon die Zone, Gott sei Dank. Johoohohohohohohohohohoh. Hau durch! Oh mein, totes Tod, Alter. Ja los, schaffst du nur noch die 2 Meter da, Alter. Zieh! 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 So, wir werden gleich jetzt mal hart heilen, Junge. Soll ich gleich weiter reinfahren? Nein! Ja, nein! Ja, trotzdem! Wir sterben sowieso! Ja, oder? Ist mir egal. Wir werden jetzt gekillt, oder nicht? Gleich noch einen Energy Drink nehmen und dann ins Nid weiterfahren. Keine Verbände! Das ist kein Medikid! Ne Verbände! Achso. Ich hätte auch einen Military Cap dropen können, wenn du was gesagt hättest. Ja, ich hab 3 Stück. Achso. Du hast jetzt keines genommen. So, bist du fertig? Ja, hab ich jetzt noch. Ich hab, komm. Wenn du blieb jetzt Tobi ist, Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass du noch... ... mit dem Auto fahren. Oh, was? Woll, was? Hast du gemacht? Ich war auf der Karte. Ja, nix, Alter! Ich dachte grad, wie vorhin angeschossen hättest. Ich dachte grad, wie vorhin angeschossen hätt. Woll, fahr mal hier gleich bis zum... Weiß ich nicht, hier. So'n Kack-Groos oder so. Oder willst du wieder zur Kiste fahren? Mit'n Auto, ne? Mit'n Auto, ne? Mit'n Auto, ne? Alter... Ich hab'n sicher die Nudelwunde. Die Nudelwunde. Yo, Zau. Ja, willst du hier... Nee, ist alles gut. Ich dachte, du willst jetzt sofort gegen die Zorn, bitte. Oh, hier in den Bunker. Ich weiß nicht, wie sie noch sind. Das ist Tarmut. Diese Taktik mit dem ungedrehten Auto, ne? Willst du die? Sich einfach irgendwo hinstellen mit'n ungedrehten Auto, hoffen, dass die Zorn aber... Jo, wow, alles klar. Gut, dass's doch kein Collision-Model gibt, ne? Die denken auf ihre Augen, Alter. Wenn das eine was nervösiert, denkt er so... Okay. Ich kill'n sie schon selber. Cool, da ist'n Airdropel. Hier rein? Und gleich steht da eine, Alter. Da will ich ein bisschen lachen. Guten Tag. Hier gleich wirklich welche, Alter. Da will ich ein bisschen lachen. Ich brauch Verbände, Alter. Kannst du mir jetzt mal Verbände drum geben? Ich hab'n nur fünf. Waaaat? Ich weihle mich erst mal ganz gemütlich. Oh, f***. Bevor ich doch eingehe, gleich bist du gekillt. Unabackbar! Ist da was? Negativ. Alles klar. Ja. Kommt auf uns! Oha! Nein! Ich bin zu uns gekommen. Ich bin beschossen. Kannst du mir wenigstens zwei Verbände droppen oder so? Was heißt drauf? Oder recht hast? Ich weiß das nicht. Hab die hier gedroppt, zwei. Die liegen hier im Raum, ne? Ja, ich komm. Die kommt angekrabbelt, diesen Krabbel. Buggy! Ich hab kein Ding ins mehr. Schmerzbüttel oder Rentbull. Wie viel hast du davon noch? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Neun Millimeter. Zwei! Hier, da liegt kein... Du! Du! Vielleicht am schießen oder wat? Nein, sie sind da! Sie haben... Gesehen, Digga. Ausgestiegen. Dich haben sie gesehen. Ich hab hier gelegen. Ja. Was pushen und killen oder wat? Weiß nicht wo die hin sind. Ich bin unten. Kannst du mal von oben abheben? Vielleicht siehst du am Auto noch was? Ist der Chuck da vorne oder wo sind die? Ja, an dem Jeep der der da steht. Achso, ja. Ah ja, sie pushen, sie pushen, sie pushen, sie pushen, sie pushen. Ja, sie pushen, sie pushen, sie pushen. Soll ich schießen? Ja, schieß, wenn du kannst. Einer steht am Baum, einer steht am Baum und einer am Auto. Mh. Bleib noch liegen. Ich könnte vielleicht schießen, wenn die dich zeigen. Ja, einer am Baum immer noch. Wir machen nicht so viele Steps. Wir fahren weiter. Einer nur, einer nur. Ich könnte schießen. Schieß auf den Baum, bitte. Ja, der ist gerade weggegangen vom Baum. Wohin? Ja, Richtung unserem Haus, glaube ich. Gib ihm. Ah, beide. Nice. Durch jetzt schon. Wo fährt der andere? Noch einer, noch Auto. Geht du? Geht weiter? Geht weiter. Ich stehe. Wo sind beide da drin? Ne, beide tot. Ne, einer ist hier vorne. Einer ist hier auf der Kiste. Alles klar. Oh, den musst du, hä? Der hab ich hier oben ausgedacht. Ah, der liegt hier draußen. Mann, setz dich doch hin. Oh, der hat vielfach Besuch und so. Nice. Willst du was haben? Gerne. Ich hoffe, dass ich das hier liegen. Die Zone ist mal für uns, Alter. Wollen wir uns versuchen, in so ein Haus rein zu campen? C2 Richtung... Drei Mann sehe ich. Richtung... 195 Grad. Drei kann irgendwie nicht sein. Ja, ja. Zwei und der Einzelne. Komm, lass das Haus hier vorne versuchen. Weiß, das ist nicht drin, ne? Lass das da vorne, was genau an der Grenze ist, neben, Alter. Weißt du, was ich mein? Mhm. Ist hier vorne gleich. Ist das blaue hier? Ne, ne, ein weiter, ein weiter, ein weiter, ein weiter. Das hier. Oh, ich bin grad ein bisschen mutig, aber okay. Pfff, oh shit. Oh shit, ich komme. Ist doch ein vertikaler Handgriff für deine Waffe. Der vertikale war besser, wa? Ja. Wo lag der? Äh, aufm Tisch. Ui. Toll, lol. Hier ist ein Achtfachsucher, lol. Ja, brauche ich nicht. Die Zone ist zu klein dafür. Ey, Stadtkampf von daher. Erstmal auf die Stadtkampf rummachen. Ist das nass, Alter, wie hier ein Achtfachsucher liegt? Ist das so milder Scheißkack, ne? Müteballer, ey. Es leben noch viel zu viele. Die kämpfen alle in den Häusern. Oh, was die 200 gleich sagt. 240, Alter, geht's ab. 2,ininge, 5,0, Zucker, 7,0, Zucker... Ist das so...? Hast du die Tür aufgemacht? Ja. Boah. Okay. Ich kann mich mal ins Bad reinstellen. Das ist ein Bett? Ein Bad, Spot. doch diese fenster sind wo du rüber gucken mit dem orangen rand da weißt er ist doch nicht mehr in der zone wir grad jetzt auch nicht 20 leute noch alde 10 teams ich mach die tüte wir müssen wir nicht weiter das ist korrekt einer wird angeschossen bei uns siehst du das 195 der ist gerade angeschossen worden das mit dem orangen dach oder was die laufen gerade von dem einen orangen zum anderen orangen 195 ja ich bin blind heute ah was von mir müssen ne oh ich hab jetzt rüppel noch an meinem orangen midi kit ne nimm's mit die stricher die ganze enge in der zone sind ne mhm das hat nie ein scheiß haus das ich guck ne bei mir im haus glaube ich safe wow oder ne doch nicht ne doch nicht was ist denn grad für ein kriegsgebiet ne ist einer tot bei mir bei mir im haus bei mir im haus bei mir im haus ich werde angeschossen vom haus naja von dem roten glaube ich ja und der ist halt genau drin alle hast du deine häuser schon gescheckt bei mir bei mir bei mir er steht oben er steht oben ja ich sehe ihn da seine waffe guckt durch muss nur warten bis er abnimmt dann kann ich ihn kill ja da sind zwei oben alter einer mitm kille alter der steht die ganze zeit unten in der streite ja aha und gib mir in kick mir halt noch schneller Ja, ich hab's grad gesehen, Alter. Was, der aus dem Auto daß? Ich weiß das nicht. Ich krieg Hitze, obwohl ich den nicht... Ey, der steht die ganze Zeit bis links neben der Tür... Ich hab's grad gesehen, Alter.